Der dritte Band des Jahrbuches der Hochschule Heiligenkreuz Ambo ist ganz dem Priester, Religionsphilosophen und Theologen Romano Gurdini gewidmet. Beleuchtet werden vor allem die beiden einflussreichsten Werke Gurdinis, das Buch vom Geist der Liturgie, sowie das monumentale Werk über Jesu Leben, der Herr. Ergänzt wird der aktuelle Ambo-Band durch weitere Beiträge unter anderem von Kardinal Kurt Koch, Sean Sevilla, Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz sowie zahlreiche Buchrezensionen. Ein Meilenstein in der Gurdini-Forschung, so unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Ein fundiertes Werk unerlässlich zu einem besseren Verständnis der Theologie des 20. Jahrhunderts.